A.C. Grayling F.R.S.A. ist ein britischer Philosoph und Schriftsteller. Er ist Professor für Philosophie am Birkbeck College der Universität London und ein außerplanmäßiges Mitglied des zur Universität Oxford Gehörenden St. Annis College. Er hat den akademischen Grad eines Master, einen philosophischen Doktorgrad von der Universität Oxford und ist Mitglied der Königlichen Gesellschaft für Literatur und der Königlichen Gesellschaft der Künste. Er setzt sich für die Trennung von Religion und Staat und den Atheismus ein. 2010 gründete Grayling das New College of the Humanities, das im September 2012 den Unterricht aufnehmen soll. Leben und Ausbildungsgang Grayling wurde in der sambischen Stadt Luanchua geboren und verbrachte seine prägenen Jugendjahre in der ostafrikanischen Gemeinschaft der Auslandsbriten. Seine erste Begegnung mit philosophischer Literatur hatte er mit zwölf Jahren, als er eine englische Übersetzung von Platos Dialog Charmeides las. Mit 14 Jahren las er die Biographical History of Philosophy von George Henry Levis. Dieses Werk bestärkte ihn maßgeblich in seinem Wunsch, Philosophie zu studieren. Nachdem er als Jugendlicher nach England zurückgekehrt war, studierte Grayling, während er gleichzeitig als externer Student für ein Vordiplom der Universität London studierte. An der Universität Sussex und am MacDillan College in Oxford, wo er 1981 seinen Doktorgrad erwarb. Das Thema seiner Doktorarbeit lautete Skeptizismus und transzendentale Argumente. Sie wurde betreut von den Philosophen Peter Strassen und A. J. Ayer. Grayling war Philosophie-Dozent am St. Anne's College in Oxford, bevor er eine Stelle am Birkbeck College der Universität London antrat. Wo er Vorlesungen über Philosophie hielt und später Philosophie-Professor wurde, Grayling schreibt außerdem regelmäßig für das Magazin Prospekt. Akademische Interessen Grayling beschäftigt sich vor allem mit Erkenntnistheorie, Metaphysik und philosophischer Logik. Er verbindet diese Themen, um das Verhältnis zwischen Verstand und Welt zu bestimmen, und stellt dabei die Vorstellungen des Skeptizismus auf die Probe. Seine Argumente hat er in einer Anzahl von Veröffentlichungen erläutert, darunter The Refutation of Scepticism, Berkeley, The Central Arguments, Wittgenstein, K. Russell und Truth, Meaning and Realism. Grayling benutzt die philosophische Logik, um den Argumenten des Skeptizismus entgegenzutreten. Wobei er herkömmliche Vorstellungen der Realismusdebatte durchleuchtet und damit zusammenhängende Ansichten über Wahrheit und Bedeutung entwickelt. Beschrieben hat er seine Vorstellungen in den letzten Kapiteln von An Introduction to Philosophical Logic und weiterentwickelt in einer Reihe von Schriften, darunter Epistemology and Realism und Independence and Transcendence, The Independence Thesis and Realism. In diesen Publikationen bringt er die Idee vor, dass wir Realismus für eine in erster Linie Erkenntnis theoretische, statt einer metaphysischen oder einer semantischen, Vorstellung über das Verhältnis von Verstand und Welt halten sollten. Grayling hat vieler Orten über zeitgenössische Themen wie Kriegsverbrechen, die Legalisierung von Drogen, Sterbehilfe, Säkularismus und Menschenrechte geschrieben. Gemäß seiner Überzeugung, dass Philosophen in öffentliche Debatten eingreifen sollen, wendet er als Kommentator in Radio und Fernsehen eine philosophische Sichtweise auf Alltagsthemen an. Zwischen 1999 und 2002 schrieb er unter dem Titel The Last Word eine wöchentliche Kolumne in The Guardian. In diesen Beiträgen, die auch die Grundlage für eine Reihe allgemein verständlicher Bücher wurden, machte Grayling Grundlagen der Philosophie Lein zugänglich. Er trägt regelmäßig bei zur Kommentarseite Commentisfree von Guardian Unlimited, dem Online-Angebot von The Guardian, und schreibt seit vier Jahren eine monatliche Kolumne für The Dubliner, ein kleines Stadtmagazin. Im Juni 2011 erregte Graylings Neugründung einer privatwirtschaftlichen Hochschule mit rein geisteswissenschaftlicher Ausrichtung. New College of Humanities in London Aufmerksamkeit der großen Medien. Die dort zu erwerbenden wissenschaftlichen Abschlüsse entsprechen indes nur denen der University of London, was angesichts Gebühren von 18 Pfund 000 im Jahr Kosten-Nutzen-Kritiker auf den Plan rief. Bei einem Vortrag Graylings in einer Londoner Buchhandlung gab es sogar einen Rauchbombenstörfall wegen seiner vorgeblichen Abkehr vom System öffentlicher Bildung. Andere Kommentatoren betonten, dass der Sturm der Kritiker über die angebliche Etablierung des US-amerikanischen kommerziellen Hochschulsystems übertrieben sei, da die Geisteswissenschaften im Land von der Regierung eklatant vernachlässigt würden, Ämter und Mitgliedschaften. Mitglied der Royal Society of Literature, Mitglied der Royal Society of Arts, Mitglied des Weltwirtschaftsforums, Mitherausgeber von Riesen in Practice und Prospekt-Magazine, Gast der Britischen Akademie beim Institut für Philosophie an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, Direktor der chinesisch-britischen Sommerschule der Philosophie in Peking, Jan Huskast-Mitglied am Philosophischen Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Leverhulme Trust Research-Mitgliedschaft, Ehrenmitglied der Aristotelian Society, Gifford Lecturer an der Universität Glasgow, ehemaliger Vorsitzender von UNIFORTH, einer Menschenrechtsorganisation für die Volksrepublik China, Ehrenmitglied der National-Säkular Society, Vizepräsident der British Humanist Association, Werke, Monographien an Introduction to Philosophical Logic, The Refutation of Scepticism, Berkeley, The Central Arguments, The Future of Moral Values, The Meaning of Things Applying Philosophy to Life, 2001 ISBN 0297-607588, The Reason of Things Living with Philosophy, 2002 ISBN 0297-829351, What is good? The Search for the Best Way to Live, The Mystery of Things, The Heart of Things Applying Philosophy to the 21st Stone Century, 2005 ISBN 0297-848194, A de-compulsive Voterie, Rezension von Antonella Gambit-Burke, Ursprünglich erschienen in The Weekend Australien, Among the Dead Cities, Was the Allied Bombing of Civil Lines in WWIA Necessity Aura Crime, 2006 ISBN 074-75-76718-DT, Ausgabe, Die Totenstädte, Waren die Alliierten Bombenangriffe Kriegsverbrechen? Bertoppe, Zerstören, Was man treffen kann? Rezension, In www.berlinonline.de Die Moral des Philosophen Rezension von Rolf Dieter Müller in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 4. August 2007, Toward the Light, 2007 ISBN 978-08027-1636-1, The Choice of Hercules, Thinking of Answers, Friendship 2013, The Age of Genius, The Seventh-end Century and the Birth of the Modern Mind, Bloomsbury, 2016, Essays Against All Gods, Six Polemics on Religion and an Essay on Kindness, The Form of Things, Essays on Life, Ideas and Liberty in the 21-Stone Century, Truth, Meaning and Realism, Essays in the Philosophy of Thought, 2007, ISBN 978-08264-97482, Biografien Russell, 1996, ISBN 0-19287683-X, Wittgenstein, 1988, ISBN 019-9, 287-6767-7-DT, Ausgabe, Wittgenstein, Herder, Freiburg, Basel, Fien, 1999, ISBN 3-451-04739-X, The Queryl of the AGE, Descartes, The Life of René Descartes and Its Place in His Times, 2005, ISBN 0-743-2-3147-3, Herausgeber mit Susan Whitfield, China, A Literary Companion, Philosophy A Guide Through A Subject, 1995, ISBN 019-875156-7, Philosophie 2, For A Through A Subject, 1998, ISBN 019-8751796, Ad mit Andrew Pyle und Naomi Gulda, The Continuum in Cyclopedia of British Philosophy, F on comptable man, ISBN 019-44836, Discovered with human beings, From this diagram cube and tighten, σιac tus Finished are painted yellow